Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler wollen wir in dieser Folge des Schüsslersalz Nummer 6 besprechen Kaliumsulfuricum. Kaliumsulfuricum hat ja von seiner Charakteristik her und dem Einsatzspektrum einen extrem engen Bezug zur Leber, also nicht nur zu Beilebererkrankungen, sondern zur Unterstützung des Stoffwechsels, des Leberstoffwechsels allgemein. Siehst du das genauso? Ja, das hat Schüssler schon so gesehen. Schüssler sagt ja, Kaliumsulfuricum ist das Hauptmittel für das Drittentzündungsstadium. Das Drittentzündungsstadium ist ja charakterisiert, dass ich gelb-gelbschleimige Absonderungen habe. Das heißt also, es geht schon längere Zeit. Es gibt natürlich das Gelbschleimige, was ja auch ein Hinweis ist für eine bakterielle Besiedelung, gerade heute im Sinne einer Sine Inflammation. Es zeigt sich nicht als akute Entzündung, sondern als reduzierte Entzündung. Der Körper hat schon kapituliert, geht nicht mehr massiv gegen vor. Und das sind also die Menschen, die immer wieder so Erkrankungen im Bewegungsapparat haben, die immer wieder einen gelben Auswurf haben morgens. Also nicht nur die Raucher, die das ab und zu ja beklagen, sondern auch Nasennebenhöhlen, immer wieder so gelbe Sekrete, die Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, die manchmal auch operiert wurden, dann für ein, zwei Jahre wieder gut waren und plötzlich kommen die alten Beschwerden wieder zurück. Und das ist etwas, wo ich ja feststelle, da hilft die Nummer 6, Kaliumsulfur, Magnesiumphospholikum wunderbar. Auf der anderen Seite haben wir auch in der Nummer 6 ein Mittel für die Haut, gerade bei Neurodermitis, bei Schuppenflechte. Da wird ja die Haut schneller abgeschilfert, als es notwendig ist. Also eine Dysfunktion der äußeren Hautzellen. Und hier hilft die Nummer 6, manchmal auch in Kombination mit der Nummer 7, Magnesiumphospholikum, sehr gut. Hier kann man auch sehr schön mit den Salben arbeiten, äußerlich auftragen. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen seit über 30 Jahren, kenne ich die, die mit der Nummer 6 ihre Haut so pflegen, dass sie in Ordnung halten können bei diesem schweren Krankheitsbild, der Schuppenflechte, der Psoriasis oder der Neurodermitis. Und das ist faszinierend, denn sie können auf Kortisonsalben verzichten, weil Kortison über Jahre angewandt macht die Haut dünner, lässt dort Prozesse entstehen, die nicht so gut sind. Das heißt also, wir haben hier mit diesem einfachen Mineralsalz eine wunderbare Möglichkeit für diese Menschen unterstützend, begleitend, das zu geben. Wenn du die Psoriasis oder die Schuppenflechte ansprichst, ist das ein Beschwerdebild, bei dem man sowohl die Schüsselersalze innerlich als auch äußerlich anbieten würde? Ja, also innerlich als drei bis sechsmal täglich eine Tablette, D6 und äußerlich die Salbe. Ja, die Regulation unmittelbar vor dem Geschehen, wo ist es? Und das andere zentrale Funktionsaktivierung. Und da steht natürlich die Leber als unser großes Chemielabor im Vordergrund. Ohne der Leber können wir ja nicht leben. Und im Blinddarm können wir leben, unter der Gallenblase können wir leben, ohne den Magen, das geht durchaus. Wir können auch einen Teil vom Darm rausschneiden. Wir können auch eine Niere entfernen, aber ohne Niere geht es nun mal nicht. Und auch ohne Herz geht es nicht. Und da ist natürlich die Leber als Regulationsorgan, Aufbauprozesse, Abbauprozesse, bilden Hormone, bilden Schmerzmittel. Also die Leber ist da ein wunderbares Organ, die wir dann mit der Nummer sechs unterstützen können, aktivieren und fördern, dass Stoffwechselnprodukte ausgeschieden werden. Du sprichst da einen wichtigen Punkt an, denn diese Beobachtung mache ich oft auch in der Heilpraktikerpraxis. Viele Menschen haben erhöhte Leberwerte, nicht massiv, leicht erhöht, ohne dass klassisch medizinisch was gemacht wird. Da kommt dann sehr häufig, erzählen an die Patienten, naja, das müssen wir jetzt beobachten. Gerade hier denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, doch positiv auf die Leber einzuwirken und nicht erst abzuwarten, bis die Leberwerte noch höher und noch höher und noch höher steigen. Denn die Leberwerte sind ja zum Großteil Enzyme, die eigentlich in der Leberzelle sitzen. Das heißt, wenn wir die messen können im Blut, dann sind eigentlich schon Leberzellen zugrunde gegangen. Korrekt, ja. Und da ist es ja so, diese Leberwerte, GOT, Gamma-GT, GPT, GOT, das sind also diese drei Leberwerte, die ja moderat erhöht sind. Also bei einer Hepatitis hätten wir da 800.000 oder höher. Die sind moderat erhöht und das zeigt, wir haben vorhin einen Gärprozess oftmals im Barm. Und da kommt so viel Schrott an, also Ammoniak, Biogene, Amine, Endrotoxine. Das sind ja die drei großen Bereiche, wo immer wieder Störungen verursachen, wenn die Darmband nicht ganz dicht ist. Ich bezeichne mal das Ligigat-Syndrom, das geöffnete Darmband-Syndrom. Dann gelangen diese Substanzen über die Pfortader zur Leber. Die Leber ist intensiv damit beschäftigt, diese zu neutralisieren, auszuleiten. Da braucht es jetzt sehr viel Energie dazu und da gehen auch manchmal die Leberzellen runter. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann immer wieder feststelle, wenn ich den Darm dann ordne, wenn ich Heilerde einsetze, wenn ich Heilpflanzen einsetze und das Schüsselersalz Nummer 6 zusätzlich gebe, um die Leber zu unterstützen oder als Leberwickel rechter Oberbauch einfach die Salbe Nummer 6 auftragen, Messerrücken dick, ein trockenes Tuch drauf, vielleicht noch eine Wärmeflasche nach dem Mittagessen. Ideal. Und dann meistens schlafen die Patienten auch ein, schon eine halbe Stunde, wachen auf und haben mehr Energie. Interessanterweise sagt der Chinese, das Auge ist die Öffnung der Leber nach außen. Also die Leber öffnet sich im Auge, die Niere am Ohr. Also hört jemand schwer, dann sollte ich die Niere behandeln, sieht einer schlechter, soll ich die Leber stärken. Und da gibt es natürlich auch Heilpflanzen, die wir zusätzlich unterstützend hier einsetzen können, wie die Mariendistel beispielsweise. Ja, also wir können Mariendistel als Kur mal über sechs Wochen anwenden, entweder als Saft oder als Tablette oder Kapseln, gibt es ja alles in der Apotheke zu kaufen, plus zusätzlich das Schüsselersalz Nummer sechs als Kalmsulfurikum, als Leberwickel. Ideal, wo man dann auch mal als Fastenkur zwischenschalten kann im Frühjahr und im Herbst, so über drei, vier Wochen. Und dann mal wieder schauen, was fühlt der Patient, geht es ihm besser? Vor allem, wir wissen ja, der Schmerz der Leber ist ja die Müdigkeit. Die können wir aber nicht im Labor nachweisen, sondern nur, das sind die Patienten, die Schüler, ob alt oder junge Menschen, die sich immer müde fühlen, weil der Zellstoffwechsel der Leber überfordert ist. Meistens durch Funktionsstörungen im Darm. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über die Antlitz-Diagnose, also Zeichen im Gesicht, die auf einen entsprechenden Mangel oder in dem Fall des Buches auf ein spezielles Schüsselersalz sogar hindeuten. Ja, das war mein erstes Buch, stimmt 1997 statt. Und ja, bis jetzt sind es also zehn und jetzt kommen ja in diesem Jahr noch drei raus, vor allem die Biografie mit Professor Ohmen und dann dieses tolle Buch mit dir zusammen, die Schüsselersalze 1 bis 27, die eigentlich für den Praktiker geeignet ist, aber auch für den Laien, für den Anfänger. Wir haben eigentlich, ja, denke mal, es ist uns gelungen, hier einen Einblick zu machen, so wie kann ich als Starter, als Newcomer mit den Schüsselersalzen umgehen oder als Profi schon einiges an Erfahrung rausnehmen. Ja, vor allem haben wir auch intensiv die sogenannten neuen Schüsselersalze drin, die nach Schüsselers Tod dann eingeführt wurden. Aber lass uns noch mal bei der Antlitz-Diagnosik bleiben, weil die Frage auch häufig kommt, die Leberflecken, die viele ja haben. Ist das ein typisches Zeichen für? Eine Funktionsstörung der Leber, ja. Also immer wieder diese Einlagerung in der Haut, da kann man lokal die Nummer 6 anwenden und ich habe immer wieder die Rückmeldung, gerade von älteren Patientinnen und Patienten bekommen, dass die wieder ablassen. Die verschwinden nicht komplett, muss man ehrlicherweise sagen, aber sie verblassen etwas. Das heißt also, funktionelle Störungen zeigen sich also auch somit in der Haut. Und die Antlitz-Diagnostik hat ja auch der Kneipp betrieben, ja. Das heißt, es waren ja lauter Zeichenmöglichkeiten, als es noch keine Testkits gab von Roche oder Böhringer oder Bayer. Die Ärzte mussten sich an solchen Dingen wie einem Zungenbelag orientieren. Die haben Geroch mit ihren fünf Sinnen. Der Urin schmeckte sehr süßlich, der deutete auf den Diabetiker hin. Ja, da gab es heute, natürlich lacht jeder Arzt darüber, wenn er da einfach so einen Stick reinhält und ablesen kann, wie hoch ist der Zuckergehalt im Urin. Aber zu der damaligen Zeit vor 150 Jahren war das ja nicht gegeben. Man muss ja bedenken, Schüßler hat ja 1873 erst mal sein System veröffentlicht. Damals war natürlich die Medizin in einem ganz anderen Zustand. Und da wollten wir auch aus der Biografie heraus wissen, die beginnt ja um 1800, also Beginn des 19. Jahrhunderts, was dort die Biologie, die Medizin für eine Bedeutung haben, wo heute natürlich für jeden völlig klar ist. Aber damals war es ganz anders. Kalium-Sulfuricum wird zur Unterstützung der Leber gegeben. Wir kennen es ja aus vielen Entgiftungstherapien, auch in der Naturheilkunde, wenn man beginnt, die Ausscheidungsorgane zu unterstützen, die Leber, die Niere usw., dass es in vielen Fällen so eine Art Erstverschlimmerung gibt, dass sich die Menschen nicht sofort besser fühlen, sondern erst mal richtig müde. Es kommen Hautausschläge, Mundgeruch und Ähnliches. Wenn das Schüßlersalz, oder prinzipiell vielleicht mal gefragt, gibt es so etwas auch bei den Schüßlersalz? Ja, solche Anfangsreaktionen. Es ist ja klar, der Körper kommt in Gang. Und wenn der Körper in Gang kommt, öffnet er die Zelle, es kommt zur Ausleitung, das heißt, er bildet Schleim, um diese Stoffe nach außen zu bringen, rauszuleiten. Ein Durchfall beispielsweise oder der Urin wird trüb oder riecht strenger oder das Sekret in der Nase, das bisher nicht mehr da war, kommt. Und wenn man danach fragt, ja, hatten Sie schon mal wie ja Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlenvereiterung. Ja, klar, vor zehn Jahren. Ja, aber bis dahin wurde nichts geändert. Und die Leute sind dann immer mit so einem dumpfen Kopf rumgelaufen. Vor allem bei Wetterwechsel waren sie immer ein bisschen so neben der Spur, wie man so schön sagt. Und jetzt kriegen die das Schüsselersalz Nummer sechs. Und plötzlich nach zwei, drei Tagen schnäuzen sie die Nase und dann kommt ein gelbes Sekret raus. Wunderbar, sage ich. Nach zwei, drei Tagen beruhigt sich das Ganze. Manchmal braucht es auch eine Woche. Ja, aber das sind Heilreaktionen des Körpers. Auch ein Durchfall, der plötzlich auftritt. Wenn man dann nachschaut, ach ja, vor vier Jahren oder vor acht Jahren war mal eine Salmonelleninfektion oder eine Jasinieninfektion und mal ein Norovirus dann Durchfall gemacht hat. Das hat sich zwar beruhigt, aber die Erreger sitzen noch im Körper und werden dann durch dieses Schüsselersalz aktiviert. Aber nicht das Schüsselersalz detektiert, sondern mobilisiert der Körper eine Abwehrkräfte. Und das ist das Geniale. Es gibt das Signal, aber der Körper reagiert. Und der Körper schaltet aus. Und der Körper bildet durch sein eigenes Immunsystem solche tolle Reaktionen. Die Makrofalen, die Fresszellen oder die natürlichen Killerzellen, die ja durch die Blutbahn schwimmen und schauen, sitzen da irgendwelche Viren oder entarten irgendwelche Zellen. Entarten Zellen, dann kriegen die gleich die rote Karte gezeigt. Und die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen, merzen das aus. Weil wir haben ja ständig Prozesse im Körper, wo etwas nicht rund läuft, wo eine Entartung stattfindet. Und wenn es immer wieder ausgemerzt wird, dann bleibt der Körper lange gesund und erreicht ein hohes Alter. Geschieht es nicht, dass die NK-Zellen weniger werden aus irgendwelchen Gründen, dann können natürlich Tumorerkrankungen sich entwickeln. Und da haben wir natürlich noch die Granulozyten. Und das ist ja die erste Linie der Verteidigung, das unspezifische, das angeborene Immunsystem. Und das ist halt eine phänomenale Sache. Und ich sage ja mir immer wieder, wäre dieses Immunsystem nicht da, da wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Also haben wir ein Immunsystem. Und deswegen sind wir robuster, wie manch einer denkt. Gerade das Immunsystem spielt natürlich auch bei Entzündungsgeschehen eine ganz tragende und zentrale Rolle. Dr. Schüssler hat ja schon in seinen Schriften die Entzündung in drei Stadien eingeteilt, die wir in vorherigen Sendungen schon besprochen haben. Im ersten Stadium das Ferrumphosphoricum, wenn Kühle zum Beispiel noch gut tut. Und dann im zweiten Stadium Kaliumchloratum, wenn Wärme dann plötzlich gut tut. Und im dritten Stadium dann das Kaliumsulfuricum, die Nummer sechs. Ja, wir haben die Abendverschlimmerung. Und der Patient sagt, er hat eine Besserung, wenn er dann in die frische Luft geht. Er hat also Lufthunger. Das heißt also, das System braucht mehr Sauerstoff. Abends die Verschlimmerung. Der Körper braucht dann Bewegung. Nicht Fahrradfahren, sondern einfach sich nur bewegen. Das reicht aus. Und dann fühlen die sich wieder wohler. Und das deutet schon auf die Nummer sechs hin, dass die Leber massiv natürlich belastet ist mit ihren Aufgaben. Und die müssen wir entlasten. Also weniger Alkohol, weniger Rauchen, weniger fettes Essen. Auch frische Kost, viel Vitamine, sekundären Pflanzenstoffe. Das ist ja das Bunte in der Nahrung. Das Rode, die Andociane, das Gelbe, die Carotinoide oder das Chlorophyll, das Grüne, was wir ja aus der Karotte kennen, das Gelbe oder aus dem Brokkoli, das Grüne. Man könnte sich morgens einen Smoothie machen. Einfach das zu sich nehmen. Und man hat plötzlich ein anderes Bauchgefühl. Ich sage zu meinem Patienten, probieren Sie es aus. Warten Sie nicht zu lange. Gehen Sie ran, tun was. Und plötzlich sagen die, wow, ich fühle mich wohler. Ich bin morgens motiviert. Ich halte bis nachmittags durch. Ich brauche nicht fünf Tassen Kaffee, dass ich überhaupt die Mittagspause erreiche. Und übrigens noch ein Wort zu Kaffee. Kaffee macht ja so wie wir zubereiten, sauer. Der Espresso, kurze Kontaktzeit, nämlich der Wasserdampf durch dieses Pulver, reicht, um einen leckeren Espresso zuzubereiten. Und der ist so wie die natürliche Kaffeebohne, nämlich basisch. Also trinken Sie lieber zwei, drei Espressi. Und dann bleiben Sie fit und machen etwas für den säureen Basenhaushalt. Denn der ist ja meistens auch leidend, vor allem bei dem chronischen dritten Entzündungsstadium. Ernährung spielt eine riesige Rolle. Auch das kommt ja immer mehr zum Tragen in den Bereichen, wo einfach die Entzündung auch heute anders gesehen wird, als vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren. Wir kennen heute die latenten Entzündungen, die leichten Entzündungen, die Silent Inflammation, die in vielen schlummert. Man hat vor einigen Jahren festgestellt, dass sogar das Fettgewebe, hauptsächlich in unserem Bauchraum, das viszerale Fett, Entzündungen fördern kann über die Produktion von Zytokinen, von Entzündungsstoffen. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch aus der Zahnmedizin, von Zahnherden, die konstant eigentlich den Organismus belasten. Ja, gerade diese Plaques an den Zähnen, deswegen sollte man ja auch die Zähne putzen, weil sie zusätzliche Entzündungsquellen schaffen. Und wir haben sehr viele Patienten, die immer wieder Entzündungen haben, die nicht abklingen wollen. Und die Entzündung kommt immer weiter in die Tiefe. Das heißt also, es ist erstmal oberflächlich, dann geht es ins Muskelgewebe, dann haben wir das Rheumatische. Und das ganze Rheumatischer Formkreis ist ja nichts anderes wie eine chronische Entzündung, die manchmal dann heftig verlauft, akute Schübe zeigt und dann natürlich auch Destruktion im Gewebe macht. Und dieses kann natürlich in verschiedenen Bereichen ablaufen, ob im Darm, ob in der Lunge, in den Nasen-Nebenhöhlen-Kiefer. Der Knochen ist ja nicht so gut durchblutet. Oder an den Zahnherden. Wir haben ja häufig Granulombildungen und da arbeite ich in Pforzheim ja mit drei, vier Zahnärzten zusammen. Ich bin ja Allgemeinmediziner und kann natürlich nicht dieses so beurteilen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ich decke es aber auf. Und manchmal haben wir ja den Bezug zu den Zähnen aus der Zahntafel und den Organbezügen. Also zum Beispiel ein Zahn, der etwas mit dem Knie zu tun hat und der bildet nun Eiter. Und vielleicht wurde da schon der Nerv entfernt. Ja, dann ist der Nerv zwar weg, das ist so, wie ich die Klingelleitung durchschneide und mich wundere, dass wenn jemand klingelt, die Klingel nicht tut. Aber die Klingel ist da, aber das Kabel ist durchtrennt. Und so ist es auch bei diesem Zahn. Und dann ist dort ein behärteter Fokus und der streut nun Eiter. Eiterprozesse können den ganzen Körper streuen. Interessanterweise müssen dann natürlich auch entfernt werden. Und im schlimmsten Fall muss natürlich der Zahn raus, das ganze Feld bereinigt und behärtet, muss also saniert werden. Und dann habe ich da eine Chance, dass das Ganze abheilt. Und dann könnte zum Beispiel das Schüsselersalz, Nummer 6, Kalium, Sulfurikum auch hier mithelfen, dieser chronischen Entzündung zum Abheilen zu verhelfen. Da sprechen wir aber dann von einer Anwendung über mehrere Wochen, Monate. Ja, Monate in aussteigenden Potenzen und aber erst dann ein Effekt möglich, wenn die Herdbereinigung erfolgt ist. Manchmal hat man eine Chance, dass dieser eitrige Prozess auch mit Silicea erfolgreich behandelt werden kann. Aber in der Regel muss es erst saniert werden. Und das ist halt das große Ding, dass man da halt Zahnärzte braucht, die ganzheitlich denken können. Manchmal sieht man auf dem Röntgenbild eben nichts. Und obwohl es da ist. Peter, ich danke dir. Erneut für die wunderbaren Erklärungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. An der Sicht des 20. Geburtstag von Dr. Med. Wilhelm Heinrich Schüßler sind zwei Bücher erschienen. Erhältlich in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist die zweite Seiten der Schweiz. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.